Servus Leute, ich bin Yannick Bederke vom FCA eSports Team, bin heute auf dem Trainingsplatz des FC Augsburg vor der WWK Arena und freue mich mit einem Kicker vom normalen draußen bisschen auszutesten, wie die Tricks von FIFA in real life funktionieren und deswegen habe ich heute Noah mit dabei und da freue ich mich schon riesig drauf. Hi, freu mich. Ja und Noah, ich habe mir jetzt ein paar Tricks rausgesucht, habe sie auf dem Handy aufgenommen, die würde ich dir gerne zeigen und mal schauen, wie die dann bei dir so in real life klappen. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Genau, dann wäre das hier der erste Trick. Ich mache ihn dir noch in Querformat rein. Meinst du, der klappt bei dir? Ich denke, ich könnte es hinbekommen. Willst du einfach mal ausprobieren? Yes. Sprunggelenk ist noch da, ist noch dran. Ja, sah sehr gut aus, also einwandfrei wie in FIFA, klappt 1a, ist eigentlich ein 5 Sterne Skill-Move. Den hast du in FIFA nicht bekommen, aber kann viel trotzdem. Aber geht trotzdem, ja. Sah sehr gut aus. Brauche ich vielleicht ein Upgrade. Definitiv. Würde ich sagen, machen wir gleich mit dem nächsten weiter. Genau, das ist der hier. Täusch quasi den Schuss so an und ziehst den Ball wieder zurück. Okay. Genau, der war da schon. Ja. Glaubt der? Gehe ich von aus. Sehr gut. Ich denke schon. Alles kein Problem für dich? Ja, ich bin gespannt. Da kommt sicherlich gleich noch was, wo ich einen Knoten in den Beinen habe. Werden wir schauen. Was mit dem hier ausschaut, das ist der Fake Rabona quasi. Fake Rabona. Ja. Vielleicht auch im Real Life ganz gut teilweise. Ja, stimmt schon. Schau ich mal. Gut. Ja, sah aus wie im Spiel. Fast, ja. Mal eine Rabona-Flanke in echt vielleicht probieren? Ja, ist auch schon schief gegangen, habe ich gehört. Ist gar nicht allzu lang her. Aber man kann es probieren, ja. Definitiv. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Langsam irgendwie alle Tricks klappen bei dir. Ja, jetzt mal einen, der einfach mal richtig schief geht. Der Rainbow Flick. War jetzt auch nicht perfekt ausgeführt. Vielleicht kriegst du ihn perfekt hin quasi. Einmal über dich drüber geflickt. Ja, könnte klappen. Ja, das ist ehrlich, der war gar nicht mein Trick. Der Nächste. Vielleicht ist der jetzt wieder einen am Boden. Dann würde ich nochmal wieder ein bisschen auch Selbstbewusstsein bekommen. Ich glaube, der ist sehr ganz gut. Der ist am Boden, nix in der Luft. Ja, das könnte ich hinbekommen. Das ist was für mich. Let's go. Ja. Jetzt geht es ans Jonglieren. Oh ja. Oh ja. Okay. Jetzt wieder in der Luft. Bisschen schwieriger. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, waren ein paar richtig gute dabei. Mich hat es auf jeden Fall mega gefreut. Ja, mich auch. Hat Spaß gemacht. Kannst du den ein oder anderen in das Spiel einbauen? Ja. Vielleicht vier Sterne, das gilt. Ich weiß ja nicht, wie weit du durch das Fenster lehnen kannst, aber ich denke, ich hätte schon verdient. Ja, also so wie es aussah. Ein paar Fünf-Sterne trägt man auch dabei. Also muss man einen Durchschnitt finden. EA, ein Upgrade wäre gerechtfertigt. Mindestens vier Sterne. Vielleicht zum Winter-Upgrade. Ja. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Ja, mich auch. Und dir noch viel Erfolg. Danke. Dir auch. Danke.